Herzlich willkommen bei Phono Phono in Berlin. Ich möchte Sie ganz herzlich einladen zu einer Veranstaltung, die wir zusammen mit John DeVore aus den USA im Oktober machen werden. Freitag, den 11. Oktober und Samstag, den 12. Oktober, wird John DeVore hier extra nach Berlin zu uns kommen, wo ich mich schon sehr sehr darauf freue, ihn wieder zu sehen. Und er wird seine neue große Orang-Utan Bronze vorstellen. Ein Lautsprecher, der ähnlich aufgebaut ist wie die Orang-Utan 96, die Sie hier neben mir sehen, nur noch besser, noch aufwendiger, noch schöner. Er wird sie selber vorstellen. Wir werden eines der ersten Exemplare bekommen hier in Europa. Ich freue mich schon sehr darauf, John zu sehen und eben auch seinen neuen Lautsprecher zu erleben. John wird selber vorführen. Die Anlage dazu wird vermutlich eine Kondo-Komplette Elektronik sein, große Endstufe, Vorstufe, Phono-Stufe, einen DeBeer-Plattenspieler und schöne Digitalgeräte. Aber wir werden in anderen Studios hier in meinem Geschäft auch weitere Lautsprecher von John DeVore vorführen. Und vielleicht hat er ja selber auch Zeit, auch da ein bisschen Ihnen zu erzählen, mir zu erzählen, was er bei der Entwicklung sich dabei gedacht hat. Sie werden in anderen Studios in meinem Geschäft auch die Gibben Super Nein hören, die hier neben mir steht. Und außerdem auch diese Orang-Utan 96 mit jeweils anderer Elektronik. Die Orang-Utan wird mit Master Sound 845er Endstufe laufen. Die Gibben hier werden wir mit Elektronik von Audiomat aus Frankreich kombinieren. Jeweils ein schöner Plattenspieler von Brinkmann oder Nottingham dazu. Phono-Elektronik von Audiomat, von Master Sound. Wir werden Digitalgeräte von Metronom und auch Audiomat spielen. Also wenn Sie da nicht kommen, dann sind Sie eigentlich selber schuld. Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Wegen John, wegen seiner neuen Bronze, wegen den Orang-Utan 96 und Gibben Super Nein, aber auch wegen den übrigen wunderschönen Verstärkern, Plattenspielern und CD und Digitalgeräten. Es wird Zeit bleiben, dass wir uns hier im persönlichen Gespräch austauschen. Sie können mit John plaudern. Es werden sicher zwei sehr schöne Tage und ich würde mich sehr freuen, Sie hier in Berlin bei PhonoPhono begrüßen zu dürfen. Eine kleine Bitte habe ich, melden Sie sich per E-Mail oder telefonisch an. Wir haben Timeslots vorbereitet, am Freitag jeweils zweistundige und am Samstag auch, sodass wir ein bisschen dafür sorgen können, dass nicht alle auf einmal kommen und genug Platz ist, um zu hören und auch zu Gesprächen, Fragen zu stellen. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und ich hoffe bis im Oktober hier in Berlin bei PhonoPhono. Tschüss.